Ich bin gespannt, was da noch alles kommt, ey, Alter, ey, wir schicken uns langsam dämlich an. Die Levels werden schwerer, ich glaube, den Zuschauern macht Spaß zuzugucken. Oh Gott. Ey, das ist ja nur für euch ein geiles Projekt, das geht. Ich finde das immer lustig, wenn man sich dann selber anguckt, wie man dann gefällt und im Nachhinein, oh, wie einfach. Sechs, warum noch was machen muss? Nein, nein. So, warte mal. Ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst. Äh, ach, warte mal. Wir sind Portale. Ah, warte. Ähm, ich muss zu reden im Flug, warte. Und die durchbeste, komm mal durch. Komm durch. Warte mal, ich weiß nicht. Wird immer nicht durchgehen können. Wo ist der Würfel? Oh, nicht hier runter. Warte, wie habe ich das jetzt gemacht? Du hast, du hast dich jetzt mal da hochgehend. Ich weiß jetzt gar nichts mehr, ey. Ich weiß jetzt gar nichts mehr, ey. Was habe ich überhaupt gemacht, ey? Äh, nein, nein. Fuck. Nein. Es muss geshaut werden. Ich habe ehmliche Portale dann gesetzt. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr, ey. So, warte. Und zack. Yes. Äh. 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 Ich muss immer da hochfliegen, okay. So, warte mal. Du schießt mich einfach mal durch. Ich muss da oben landen. Ich muss da oben landen. Komm, da oben ist ein Schalter. Ich geh nochmal durch. Soll ich das nicht machen? Nein, du bist zu fett. Du bist zu doof. Dankeschön. So, das ist Portale. Da eins. Äh, okay. Yeah. Dusch. Okay. Ach, da hinten ist er raus. Der fliegt jetzt durch die Portale. Lass mal, lass die Portale so. Nein. Oh, ne. Lass, lass. Ich höre ich bald in der Luft fangen. So, geh durch meine durch einfach. Aber ich mach die denn. Und dann spring mal durch. Juhu. Ja, wenn da springt. Wo ist denn der Ausgang, ey? Dann ist der Würfel. Hier, werfen runter. Ey, werfen direkt rein. Basketball. Oh, ja, ist fast drin. Und jetzt. Ah, jetzt muss ich einfach nur noch hochkommen. Ah, okay. Ja, das ist ja einfach, ey. So. Einmal da, einmal da. Das ist ein Level 4,1. Das war aber mega schwer, ey. Ja, das war ziemlich einfach. Was? Yeah. Uh, ich lieb diese Tab. Ich lieb diese Tab-Staste, ey. Ach Gott. Ach Gott. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht rauf, geh nicht wieder rauf. Pass auf. Komm, ich fliege. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Ich bin da. So. Da oben. Ah, wir müssen was. Hm? Da kommt was runter. Oh, der fliegt. Sehr gut. Ach, den muss man in der Luft fangen. Das ist zu kurz. Ah. So, warte. Da kommt ein Würfel raus. Ähm, da muss einer springen. Jetzt springen. Ne, fang in der Luft. Gut gemacht. Hi. So, warte. Ähm. Ah. Stopp. Spring weiter so. Spring weiter. So, jetzt musst du da unten irgendwie so ein Ding drücken? Hier? Ach, ich muss kurz da hin. Ich muss kurz da hin. Spring weiter so. Nein. So, ich nehme du weiter, wie du gerade warst. Und dann musst du den Würfel in der Luft fangen. Fang ihn. Nein. Alles läuft wunderbar. Schade. Das Timing, Muschkin, kann das sein? Ja, komm. Jetzt, nein, knapp. Warte, ich muss mal in eine Richtung schauen. Hast du, hast du, hast du. Nein. Warte. So, warte. Jetzt. Nein. Ich bin da. So. Jetzt. Ich muss früher machen. Nein. Jetzt habe ich das Sachen geguckt. Jetzt fang ihn, fang ihn. Nein, du früh. Jetzt. Komm. Hast du. Nein. Komm. Jetzt. Jetzt. Ja. Nein. Und. Jetzt. Und. Jetzt. Nein. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich reinfliege. Und. Jetzt hast du ihn. Nein. Nein. Da geht nicht. Weißt du, was das Problem ist? Rücken. Ja, du weißt nicht, in welche Richtung du da reinfliege, weil ich will aber kurz so weiter fliegen, ja? Du musst in den Portalen machen. Da oben eins und da. Okay, ich weiß gar nicht, drücken muss. Geh du dann wieder da hinten hin. Dort bist du. Warte, lass mich mal ein bisschen, mal ein paar Mal fliegen, okay? Okay. Okay, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Ganz. Okay, jetzt kommt der, er kommt, er kommt, er kommt. Nein. Jetzt. Komm, 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 komm. Schau, riechst er. Und. Ja! Nein. Warte, warte. Okay. Jetzt einfach mit mit springen, ich komme mit. Wir fliegen. I believe. I can fly. I can believe. I can tell you. Ein Lappen. Weg. Ja. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Doch irgendetwas stimmt nicht. Du bist dumm. Hat der Tanz irgendwelche Auswirkungen auf euch? Doch, du bist nicht, ey. Kann ich das nicht hier? Hahaha. So. Ach, leck mich doch. Genau, reiner. Oh, das fand ich jetzt ein bisschen einfacher als das davor, ey. Man muss nur den Sinn kapieren. Ey, macht richtig Spaß. Ey, wir nehmen jetzt schon eine Stunde auf, ja. Wir haben vorhin 0,39 gesagt. Jetzt nehmen wir schon eine Stunde auf. Ja. Also das sind schon locker sechs oder sie fünf Parts hier, ey. Ach, das tut er. Siegen. Komm, die zwei Level machen wir noch. Genau. Welche Gefühle braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das. Blue, du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Hä? Ach so, ach so, ach so. Ach so, ich gehe jetzt da durch, dann mache ich da, dann muss ich, ach, wir müssen gleichzeitig springen. Ah, da, pass auf, pass auf. Du drückst, machst jetzt da ein Portal von dir hin und da ein Portal. Jetzt mache ich von mir da eins. Ich habe schon alles. Da eins. Und mache. Wir müssen gleichzeitig machen. Okay, wir legen los in drei. Und. Nein, so kurz. Okay, nochmal. Boah, wir haben noch eine Sekunde Spielraum, ey. Let's go. Warte. Hey, warum ist der so kurz? Der fliegt zu kurz. Tu mal dein Portal höher setzen. Guck dir mal die Vergleiche an, ey. Da ist es wie tiefer als meins. Okay, 3, 2, 1, go. Yes. Oh nein. Ich stelle mir so. Ach du Scheiße. Geh da lieber nicht durch. Das ist, guck dir mal, was links und rechts ist. Sieht gerade nicht sehr begeistert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was sei los? Alter. Warte lieber nicht, das ist zu krass. Die kommen jetzt zu dir, du bist nicht tot. Komm her, komm her, schnell, komm her, schnell. Du bist nicht tot. Ja. Ich weiß nicht, wie ich diese jetzt noch einfacher war. Was ist noch einfacher? Ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich muss hier hoch. Hallo. Ich muss schon wieder hochkommen. Ach, komm mal. Komm mal her, wir müssen das Ding da hoch. Transport hin. Komm mal. Stopp. Wenn es jetzt einmal durch ist, dann musst du nämlich da hingehen. Da durch. Und dann geht es hier durch und da. Was passiert eigentlich hier? Und dann gehe ich da hoch. Mach du das erst mal. Wenn das Netz jetzt geht. Und das muss da. Hier rein in das Portal. Reinleuchten, mach nur. Warum geht er hoch hier? Bin zu fett, oder was? Ich muss halt, ich muss irgendwie hochkommen. Äh, warte mal. Warte mal. Ah. Hä? Halten, halten. Ich halte gar nichts mehr. Ich muss irgendwie nach bestimmten Zeit, wo ich dann irgendwie ein Portal setzen. Äh. Ach, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich musste da runterspringen. Äh, und dann da durchspringen. Ganz einfach. Und da umging den Schatterhorn. Er macht das mal. Ach, mal bitte. Mal bitte. So lange halten. So, ich hab's jetzt schon mal hier im Portal und da im Portal. Das kann dauern. Dann komm mal halt drüber. Dann komm mal halt drüber. Ach, immer. Schnell! Na, da kommt da ja. Brauchen wir den Würfel? Nein, du willst immer. Brauchen wir den Würfel? Nee. Nee, ich geh nicht durch, weil ich's verpresst. Ich kann's am Anfang, ey. Das sah aber so geil aus. Ach, okay, du musst nicht. Warte, 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 warte. Hier drüben ist keins zum Portal. Ich hab grad gedacht. Ganz schnell, du musst denn irgendwie? Warte, wenn du rückst, dann ist es offen. Dann machst du da ein Portal, da ein Portal, dann gehst du ganz schnell durch. Okay. Versuch's mal so. Das geht nicht. Hä? Seh dich mal um. Mach auf hier. Yeah. Hä? Warte mal. Hier hinten brauchen wir nix mehr. Es ist ja geschafft. Warte, 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 warte. Ich hab' ne, ich hab' ne, ich hab' ne, ich hab' ne. Ich hab' keine Idee. Ich hab' ne. Man muss Portale richtig setzen können. Fuck. Hä? Ich hab' gar nichts gebracht. Irgendwie musst du ganz schnell herkommen. Ach, hol mal den Würfel her. Den musst du da oben gegenhauen. Ich glaub' so war das. So, in der Zeit, ähm, Determine darf eins oder hinten den scheiß Würfel holt. Wollt ihr euch nur sagen? Dankeschön. So, jetzt, jetzt, jetzt müsstest du das Ding hochschließen. Ich bin tot. Sag' du musst mit den Würfel arbeiten. Ich hab' doch leider voll noch gefallen. Brauchen wir den Würfel noch? Aber wir haben ihn noch gebraucht, ey. Hab' ich schon gewundert, warum das nicht geht. Ja, weil du brauchst jetzt irgendwas, um da ging's zu steuern, ey. Ja, ja. Ah, noch ein Level machen wir.